Warum denn zwei? Das kann gar nicht sein. Das hier gibt gar keinen Sinn. Anscheinend schon. Ja genau, schubf mich hier rein. Wirklich? Wirklich? Mit Ü? Jetzt habe ich fast ein Ding, das ist auch noch geschlagen hier. Mann, die sollen aufhören. Die sind gemein. Mach weiter, mach weiter. Ja, nachher sterbe ich. Dann bist du aber schuld, ne? Das weißt du. Ja, weiß ich. Ich kann den nicht ausmachen, den hängt leider. Ich habe hier es nicht. Ich kann den anmachen und benutzen und dann nicht mehr ausmachen. Es ist Osmium, wie ich jetzt wissen soll. Ich bin so knapp in Lava gefallen. Fast. Boah, sei froh. Ah ne, in Lava spaut man aber auch ein Ding, oder? Scheiße, jetzt kann ich wieder nichts abbauen. Jetzt geht's wieder. Hat sich wieder gefangen. Was war denn los? Sieh auch nicht. Hehehe. Schon wieder Ardite. Ja, ne? Also, was Ardite angeht, habe ich mehr als genug jetzt. Das Lustige war, früher in Infinity war es genau andersrum. Da hatte ich immer mehr Kobalt als alles andere. Was kann ich denn noch verdallen? LOL, bin ich erstmal in diese Höhle gefallen. Richtig LOL bist du da rein gefallen. Aber richtig. Aha. 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 Achso, ja stimmt. Na, doch mal. Ist wieder Tag. Hä? Ist wieder Tag. Ist wieder Tag. Ich hab alleine geschlafen, weil Mutti ist der Fan der... Genau, der Fan der... Nein! Ja, stimmt. Was ich gerade so sagen, ne? Ich hab... Das ist der Nachteil an diesem Scheißhammer im Nether. Der macht so viel kaputt. Ne, ich hab einfach mit einmal neun von diesen Silberfischen aus dem Nether gespawnt. Achso. Die leben ja immer noch. Ich bin verbrannt. Fuck. Jetzt muss ich meinen Tod... meinen Todespunkt finden. Ich hab zwar extrem viele Waypoints. Aber einer davon wird sicherlich sein. Na super, jetzt darf ich da hinlaufen. Der ist das wahrscheinlich. Hast du was zu essen kurz für mich? Ein Steak oder so? Eins reicht aber, denke. Wenn du Kobalt findest, sag Bescheid. Ist das vielleicht Kobalt? Hier... Hier ist das vier. Das ist aber auch ganz... Ich hab Kobalt gefunden. Jetzt hab ich das Ding nicht mit. Weiß das hier? Hier ist Labnis. Und jetzt hab ich wieder Kobalt gefunden. Jetzt, wo ich keine Dingsens hab, ne? Da find ich den Scheiß. Ich glaub das nicht. Hier ist wieder Ardite. Da ist wieder Kobalt. Das heißt Kobalt, ne? Ich muss jetzt erstmal zu meinem Todespunkt kommen, irgendwie. Das hier Kobalt? Ja. Oh Gott. Also ich hab Kobalt. Das ist schön. Ich bin jetzt an einer... Ich bin jetzt an einer Position, wo Kobalt ist. Das ist gut. Aber leider... Komm ich hier grad nicht weiter. Man kann den mit Hand echt gut abbauen, aber... Jetzt bin ich hier und baue Netherrex mit Hand ab. Und bin die töteten, äh, n'n Ghast. Ja, mit seiner eigenen Sache. Lol. Das ist wieder einer. Hier, wo ich bin, ist wieder ein Kobalt, ne? Das ist schön, aber... Ich muss jetzt erstmal meine Sachen wiederholen. Ich kann dir gerne helfen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich seh dich nicht auf der Minimam. Oh, ich bin dir in ein Loch gefallen. Aha, brauchst du Blöcke. Ja, ich hab's geschafft. Wer ist der King? Woll die... Ich sterb einfach instant. Hier ist wieder Larvis. Hier ist Tanksen. Tanksen ist cool. Jetzt geht das hier wieder in Abgrund? Ich glaub das alles nicht. Hier ist Amethyst. Ne, Saphir wieder. Ganz viel Saphir. Das musste ich überleben hier, ja. Da ist wieder Kobalt. Ne, noch mehr so viel. Komm schon, ich muss hier irgendwo lang kommen. Da! Kommt man hier durch gerade? Ne. Ob man wie die Gasträne einfach, äh, ein halb Bier wert ist. Ja, die sind vor allem verdammt wertvoll. Kannst ja ne, ne Gastfarm machen. Aber ich glaube das ist ein bisschen kompliziert. Oh, ich hab jetzt zwei Geister, ist ein bisschen schwer. Ja. Geschafft. Alter, was ich hier für wagemutige Sprünge teilweise mache, ne. Ich sterb einfach kurz vorm Ziel. Oder ich verkacke, weil es nicht weiter geht. Hier ist ne Wand. Und... Ach... Ich muss jetzt... Dann baul ihr Soul Sand ab. Ich kann tatsächlich Soul Sand abbauen, aber dann muss ich mich damit... Ne. Ich muss ja durch ne Wand durchkommen. Komm. Ich hab gedacht, über ne Wand würde ich drüber durchgehen. Ne, leider nicht. Jetzt fragt sich nur, wie dick die ist. Ob sich das lohnt, das zu machen, was ich jetzt hier mache. Ne. Das riskiere ich nicht. Aber Soul Sand nehme ich wirklich mal mit. Das ist ne gute Idee. Ich schieb die ganze Zeit mit den Pfeilen. Falls ich mal schnell irgendwo rüber muss. Ich hätte mir mal ne Spitzhacke von dir klauen sollen. Ich hab wieder nen Geist getötet. Ich hab wieder ein Hühnchen. Ja, jetzt komm ich hier lang. Oh, wie geil. Ich bin fast da. Tatsächlich. Ne. Glaubt man es glaubt, dass ich jetzt ist hier wieder adeit. Ah, hier war ich vorhin. Ich weiß schon wo ich bin. Vielleicht kann das jetzt echt nicht mehr sein. hier hatte ich einmal gedacht dass es dingstens ist hier muss ich irgendwo verbrannt sein das klingt harsch ist es auch man hier ist so richtig viel feuer bei mir richtig viel voll voll er war richtig viel mein handy ohne nachricht von tobias ich meinte den python server jetzt im moment geht es wieder der hat sich wohl wieder gefangen wer weiß was das war ich sehe schon in den kommentaren oder bei skype multi kannst du mir deine handy nummer für whatsapp geben ja aber natürlich 50 euro für die nummer nehme ich an dann verkaufen die das nachher noch weiter dann habe ich den salat muss man doch jetzt hier ich könnte dir das echt salat geben ich habe ein bisschen bruchtsalat gemacht ja ich habe obi geweckt das habt ihr nicht gehört nein überhaupt nicht war auch gar nicht laut meine alten boxen machen das nicht mehr mit irgendwelche lebensmüde ich wieso der zombie hier so ist er aber mit ja geantwortet er ist gerade ein zombie runter gesprungen ich bräuchte naja ich weiß nicht ob ich das schaffe da sind so viele zombies die aggro sind hier muss doch irgendwo der eingang sein ich bin doch hier irgendwo reingekommen sag mal wo ist überhaupt das neta portal hier das neta das ist eine gute frage ich kann auch einmal reinkommen jetzt ist hier ein skelett was ist das für ein ding ach ja die spawnen an dem grab von einem warum denn zwei das kann gar nicht sein das hier gibt gar keinen sinn anscheinend schon jetzt sterbe ich hier wieder oder was hoffentlich nicht wirklich jetzt warum waren denn da zwei ich bin doch nur einmal gestorben das ergibt gar keinen sinn da da habt ihr nicht gesehen Oh, oh, es leckt gerade. Ich werde getötet. Und Robin! Wirklich? Wirklich? Ey, was hast du gemacht? Ich glaub das nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was du gemacht hast. Das ergibt gar keinen Sinn. Man, ihr könnt doch eh nichts abbauen mit einem Schwert. Wieso kann ich denn nicht die Erzte mitnehmen? Boah, du machst es mir aber leicht. Vielleicht kriegen die daraus ihren Lebenssaft oder so. Ja, auf jeden Fall kriegen wir da vollen Falldamage. Da ist ein Zombie einfach mal Lebensmittel untergefallen und hat dann noch drei Herzen. Jetzt sind da wieder zwei von diesen Mongoskeletten. Ja. Abgesehen davon, dass es meine Leichen sind und ich selbst als Leiche immer noch cool sind. Ja, alle Leichen sind Mongos. Alle Robin sind Mongos. Ich bin ein Mongos. So, und jetzt möchte ich mal wieder gerne wissen, sind die immer noch aggro? Sonst baue ich mich mal hier hoch. Ich hoffe nur, dass hier keine Lava ist. Ne, aber meine Spitzhacke geht kaputt. Ja, super. Ah, ich hab noch eine. So, ich komme jetzt zu dir. Zum, zum Portal. Bin ich beim Portal. Wo bist du denn? Bin ganz weit woanders. Alter, da springen die ganzen Zombies runter. Einer ist jetzt unten in den Lava gesprungen. Und ich komme hier nicht weg. Ich bin hier auf so einen Absatz, ne? Und oben auf dem Bergchen sitzen da alle die ganzen Zombies mit Rüstung und so. Und sie sind alle aggro auf dich? Ja. Ich wurde gerade von meinem eigenen Skelett gereckt. Das ist peinlicher geht's nicht, also. Hat das einen Boden? Nein. Kobalt! Wenigstens werden die durch Kobalt nicht aggro. Ah, 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 ah. Mann. Das darf ich nicht mehr. So, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal alle Todespunkte hier im Nether löschen, damit ich später nicht durcheinander komme. Ich habe nämlich nur Todespunkte im Nether. Ja, und ich brauche jetzt auch irgendwie Hilfe. Ne, mit das auch die Umgebung zu werden. Machen sollen, aber gut. Darf ich euch gleich helfen, die Sachen wieder zugekommen, oder? Wenn ich selber damit rechnen kann. Also, die sind echt aggressiv, die Dinger. Ich weiß ja nicht, ob du schon in der Hölle warst. Naja, ein paar Mal, aber. Oh man, jetzt bewachte auch noch ein Skelett mit Rüstung. Warum funktioniert der Hengeng leider nicht mehr? Weiß ich nicht. Da war mein Tod. Robin. Wo bist du eigentlich? Kuhschubser, was? Ich bin ganz weit weg. Aber ich renne jetzt immer mehr zum Portal, weil ich ungefähr von meiner Orientierung aus weiß, wo das war. Ich sag's extra ungefähr, weil ich's auch nicht wirklich weiß. Und hier etwas noch herum irre. Aber das muss hier in der Nähe irgendwo sein. Ja, mein Tod ist auch irgendwo hier in der Nähe. Das war jetzt mein erster Tod. Du hast dann Todespunkt, da musst du ja nur hinlaufen. Ja, ich weiß ja nicht, ob die Zombies da noch aggressiv sind. Ob du denn du Pech hast? Ja. Wenn du nicht Pech hast? Nein. Das hat dir gut geholfen. Ich hab's geschafft. LoL. Achso, das eine hier ist Kobalt, der Rest ist Mithril. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, ich sehe dich auf der Karte. Ich seh dich auch. Dann bin ich ja vielleicht doch wirklich fast da. Einen Moment hab ich doch gezweifelt, dass es hier richtig laufe. Also, ich mach jetzt mal ein bisschen Glowstone ab hier. So. Wo war jetzt das Portal? Robin, hier ist drei Kobalt. Du bist nicht mehr da. Ich seh dich nicht mehr. Wo bist du denn jetzt auf einmal hin? Gerade warst du dann noch auf der Map. Komm mal wieder in deine Richtung. Sehst du mich jetzt wieder? Ja, jetzt seh ich dich. Ach, du bist einfach nur zu weit weg gewesen. Okay, ich komm. Aber ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier durchkomme. Vielleicht durch die Höhle hier? Hier hat sich einer durchgebaut. Prima. Wer auch immer das war, das hat er sehr gut gemacht. Und ich war's nicht. Du bist so ein Berg? Ja, ganz schön lange Strecke. Oh ja, dann war ich das. Jetzt bin ich schon unter Winnie irgendwo. Oder bist du über mir oder unter mir? Ich seh deinen Namen nicht. Doch, du bist... Also ich bin über dir. Und hier oben ist das ganze Kobold. Oh nein. Robin. Ja, warte, ich... Ich hab mich gerade fast selber umgebracht. Warte. Ich weiß auch nicht. Ich hab eine Treppe gebaut und auf einmal kein Lava von vorne. Ja, hier ist noch mehr Kobold. Ist da irgendwo ein Lava Lake da oben? Ähm, da ist eine Lava Quelle. Also was von der Decke unter fliegt. Okay, dann darf er hier nicht mehr so viel sein, wo ich mir jetzt lang gehe. Müsst du denn, ich kann dir helfen. Ich seh dich schon. Scheiße. Was ist denn? Das war die DIA-Spitzhacke. Hat er ganz schön lange gehalten. Bitte sagt mir, dass ich da nicht auf irgendwelches böses Zeugs komme. Ähm, wenn die aggressiv auf dich sind, ja. Ich komm hier nicht durch. Ist hier irgendwas verbuggt? Ist aber wahrscheinlich einfach nur zwei Blöcke hoch. Bei mir ist hier nämlich nix mehr. Aber ich kann hier nicht lang. Versuch mal hier lang. Jetzt geht's. Ich hab irgendeine Ausschuldigung. Ich bin hier mal ein. Ja. Schau du ab, wenn du willst. Aha. Hast du überhaupt eine Spitzhacke? Ich hab mir noch eine zweite gebaut, weil ich wusste, dass die DIA nicht lange hält mehr. Okay, soll ich dir sagen, wo das Kobold ist? Ich lebe! Dahinten ist das Kobold, komm hin. Ich hab das auch schon umbaut und irgendwo war noch eine Dreierkafelle. Hier einmal? Nice. Ja. Okay, die waren noch vollständig mit Beccy. Und da hinten, da wo jetzt die Megatruppe ist. Hier, wieder so eine Straßengang. Und da unten. Vielen Dank. Grüß den App. direction. ici